Guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Leute, wir haben es gerade 7.56 Uhr, mal wieder mega früh, wirklich, also ihr kennt mich, ich schlafe immer bis 1 Uhr mittags oder so. Aber ich bin mal wieder so froh aufgestanden, weil für mich geht es gleich mal wieder nach Köln, Leute. Die Bubis warten auf jeden Fall schon, wann ich losfahre, hier und da ist Lisa. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin auf jeden Fall mega hyped und wir werden wieder richtig coole Videos drehen, also es wird wieder mega witzig. Ich will auch nicht zu viel labern, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Auto wieder. Ach Leute, let's go, wieder nach Köln, 2 Stunden Fahrt. Und das Witzige ist übrigens, ich habe mit Moritz ein bisschen was abgeklärt und zwar, ihr könnt euch ja bestimmt noch an das Video von Johannes erinnern, da hat er mich nämlich geprankt mit dem Luftballon, das blende ich euch jetzt mal kurz ein. Letzter Ballon. Auf jeden Fall gehe ich gleich dahin und Johannes wird auch am Penn sein und dann werden wir Johannes irgendwie pranken, keine Ahnung wie, aber er wird auf jeden Fall noch am Penn sein und dann werde ich irgendwas machen. Let's go. So, Leute, kurzer Zwischenstopp, nur noch 83 Kilometer, dann sind wir auch endlich da. Let's go. Bro, du musst kurz einmal kommen. Die Dame ist schon da und du bist ja noch nicht mal ready gemacht. Aber es sieht ja immer nice aus jetzt. Oh mein Gott, das ist reindem. Das ist reindem. Das ist, das ist, ähm... Das ist nur der Anfang. Das ist der Anfang. Heute wirst du den ganzen Tag gefickt. Willkommen zu dieser letzte Scheiß-Video. Ja, Leute, wie gesagt, ich bin jetzt gerade in Köln, der, der Prank ist schon mal gut gelungen. Also eigentlich wollte ich das ja so machen, dass er pennt und dass ich da so heimlich reingehe. Und Moritz hat hier ein bisschen was an seiner Dachterrasse umgeändert. Könnt ihr aber ein Moritz-Video später sehen. So, Leute, wir sind jetzt gerade mit Flash im Park, wie ihr gerade ganz schön gesehen habt. Wie fühlst du dich so nach dem, nach dem Prank? Der war schon echt gut, oder? Nein. Du hast gerade das dein Leben heute zerstört, das ist ja schon klar, ne? Ehrlich? Machst du heute einen Tag Johannes-Nerven-Video? Ich weiß nicht, vielleicht. Oh, nö! Oh, nö, wieso? Ich will vielleicht. Janu, ist das auch im Start? Was geht ab? Was geht ab, was geht ab? Warte, ich muss ja den ganzen Tag Johannes nerven. Das weiß ich nicht, Janu. Ja, Boris, was hast du in deiner Hand? Den größten Hotel der Welt! Und Boris wohl mein Dings dreckig und so, das sieht ja alles im Moritz-Video. Warum ist mein Dings dreckig? Ich bin ein Mädchen. Das sieht gerade nicht besser aus. Ich wusste nicht mal was davon. Jetzt habe ich hier überall braune Streifen. Das ist alles Taktik, damit er endlich die Leitungen noch trägt, weißt du? Das wird verschont, weil er hat Leitungen getragen, weißt du? Da ist gar kein Problem dann. Boah, stimmt. Was sagst du dazu? Wunderschön. Okay, Leute, wir gehen jetzt eben was essen. Und wir haben jetzt gerade eben Keanu's Video gedreht. War mega witzig. Doch Johannes war... Hatte ein bisschen Angst. Aber das Idee dann in Keanu's Video war eigentlich mega witzig. Okay, Johannes hat sich gerade was vom Bäcker geholt. Da läuft ja. Wie gesagt, ich neff bin heute den ganzen Tag. Digga! Was soll das? Huch, das war aus Versehen. Okay, Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt wieder back in Mons Wohnung. Oh, ich muss ein bisschen leise reden. Während es zieht sich jetzt gerade um. Auf jeden Fall, ich nehme mir jetzt hier so eine Wasserflasche. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und wenn er gleich die Treppe hochgeht, schütte ich so Wasser über seinen Kopf. Perfekte Idee. Tut mir heute schon ziemlich leid, oder? Hallo, wasch wasch. Hallo, Knuffi. Wir verarschen! Prank, du Mann! Die ganze Wand ist nass! Steffen! Nein! Steffen, nein! Jetzt haben alle Pranks geklappt, da freue ich mich sehr darüber. Wir wollen es sauber! Nein! Das musst du jetzt aber machen! Komm, Leute, wir machen es eben auf Ehre mit seinem T-Shirt sauber. So! Hier bitte! Mit dem Handtuch! Ich mag das Video echt! So, Johannes, wie fandest du den Tag bisher? Scheiße! Richtig nice, oder? Also, wäre das heutige Video richtig gefallen. Okay, Leute, ich bin jetzt gerade in meinem Room. Und ich sitze hier gerade mit meinem wundervollen Netto. Und fange jetzt an, dieses Video zu schneiden. Bashi ist auch auf jeden Fall hier am Stand. Bashi! Aber Leute, das mit Johannes, mit den ganzen Pranks, es ist nicht vorbei. Wirklich, es ist nicht vorbei. Das war noch nicht alles mit der Rache. Wenn du da noch kein Abo da gelassen hast, dann lasst das gerne ein Abo da. Und wäre nur ein Teil von der It's Me Army. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und Tschüssi! Untertitelung. BR 2018